. Wo kommt der Zell? Sie sind so wagen. Da war ich schon. Wow. Winterlicht. Servus Elisabeth. Ja Rudi, was suchst du denn da? Servus Elisabeth. Grüß dich. Ich habe gehört, es gibt hier einen ganz besonderen Wein. Ich kann ihn nur nirgends finden. Na ja, gratuliere. Jetzt hast du ihn gefunden. Das ist der besondere Wein. Trinkst du ein Achterl mit mir? Ja gern. Und was ist an dem Wein so besonders? Ja, er kommt aus den besten Langenläuserlagen. Das bürgt für höchste Qualität und Genuss. Und glaub mir, als Langenläuserin weiß ich, was ich da erzähle. Geht schon. Kostmann. Ja, Moment. Und ganz wichtig an dem Wein. Mit jeder gekauften Flasche unterstützt man das Rote Kreuz Niederösterreich für die Finanzierung der Lernhäuser. Das heißt, ich kann diesen Wein genießen und tue dabei gleichzeitig etwas Gutes. Genau so ist es. Geht schon. Kostmann. Bitte. Danke. Zum Wohle. Zum Wohl. Stopp! Ja. Wie heißt er eigentlich? Henri Dunant. Grüner Wettlinger vom Weingut Bründlmaier. Henri Dunant. Das war ja der Gründer vom Roten Kreuz. Ist ja wohl schon gelesen. Also, zum Wohle. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Untertitelung des ZDF, 2020